Hallo, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute meinen Vlog präsentieren im YouTube Space in Berlin. Denn dort fand ein Workshop für alle deutschsprachigen YouTuber statt. Und dieser Workshop hat ungefähr ein Wochenende gedauert. Freitags haben wir angefangen mit uns kennenlernen in einer Bar in Berlin. Good morning in the morning. Ich fahre jetzt zum YouTube Space, denn da geht es gleich weiter mit den Workshops. Und ich habe gestern nicht mehr so viel aufgenommen, weil einfach keiner die Kamera ausgepackt hat. Ich habe einfach nur ein paar Aufnahmen ohne die Mädels gemacht. Hoffentlich wird heute ein ganz cooler, produktiver Tag. Und ich nehme euch dann einfach mal kurz mit. Ich kann ja mal so lange dokumentieren, was hier eigentlich vor sich geht. Also was machen wir hier eigentlich? Wir sind die kritischen Beobachter und die... Merkst du eigentlich, was das für ein gutes Licht ist? Ich wollte gerade sagen, deine Kamera ist auch voll krass. Irgendwie haben wir hier voll den krassen Ton und die heißen Zähne. Wie hast du verkraftet mit dem Fell? Das ist kein echtes Fell. Das fühlt sich voll so an, Alter. Es bewegt sich. Das sagst du. Also guck mal hier, die anderen sind jetzt im Unlock the Space da drin. Das bedeutet, die müssen gerade so einen Kurs machen, um hier in den Studios drehen zu können und wissen, was die Richtlinien sind. Und da wir das schon mal hatten, weil wir hier alles Berliner sind, hier, da und da, haben wir jetzt mal ein bisschen Freizeit und hocken hier draußen in der Kälte. Und wir beobachten gerade hier das hier, das Fotoshooting. Die Lois macht sich immer auch immer so mega sportlich beim Shooten. Guten Morgen Tag 2 und wir haben gestern gar nicht mehr so viel gefilmt. Das liegt daran, dass wir die ganze Zeit in irgendwelchen Kursen waren. Hallo. Das ist jetzt unser Set. Und du, Schluck Wasser an der Ecke? Ja. Ja. Seid mal! Ja, also wir müssen... Man sieht eh nur so einen schwarzen Fleck. Ich glaube, deine Jacke kannst du anziehen. Das wird mir zu intim. Ich sollte dich ja von der Seite nicht filmen. Ich sehe aus wie der Fruit Loops Papa Guy. Wie sie da hinten lacht. Oder macht sie wegen dem Muskel? Wenn ich tausche weiß. Stimmt. Wir sind alle schwarz angezogen. Wir sind ja auch sehr, sehr braun. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Ihhh, du filmst ja. Was? Hallo. Schön von unten. Ah, jetzt bin ich schön. Belichtet. Jetzt kommt auch der Bronzer. Und jetzt bist du auf einmal wieder Kalkweiß. Alle freuen sich so. Ich habe auch versucht, das aufzunehmen. Leider Gottes hat die Kamera nicht mitgespielt. Und ich habe nur eine beschissene Szene, die zeige ich euch jetzt. Und sie ist aber überhaupt nicht vollständig, weil die wirklich grausig ist. Warte mal, ich muss ja erst mal sagen, warum die überhaupt nicht sind. Ja, aber total, oder? Ja, aber total, oder? Nein, nein, ihr habt so viel getrunken, jetzt wird gegessen. Und heute gibt es Apfel. Und eine Nuss. Und dann muss ich es. Oh, das ist ein bisschen. Keine Ahnung. Ich habe das gemacht. Weine. 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 Untertitelung des ZDF, 2020